Wow, das Tabasco sieht echt lecker aus. Was ist Tabasco? Nix für dich, dir brennt die Gorsche schon beim Zwieback-Essen. Ist doch gar nicht wahr, ich wette mit dir, ich traue mich das zu probieren. Die wette nehme ich doch dankend an. Na dann pass mal auf. Max, ich meinte eigentlich nur... Nix da, keine halben Sachen. Das Zeug muss ja der Knaller sein. Und? Mega das Zeug, kaufe ich. Stark, Max, super Marketing.